Sobald die Ware eines Auftrags kommissioniert wurde, kann mit dem Modul IS Goods Output das passende Versandetikett gedruckt werden. Zuverlässige Mobilcomputer von Honeywell sorgen hier für eine schnelle Übertragung. Je nach Versandart stehen verschiedene Etiketten-Layouts zur Wahl. Der Ausdruck kann über alle Drucker im Netzwerk erfolgen, die direkt über das Mobilgerät angesprochen werden können. Mit dem Modul IS Goods Output gelangen die etikettierten Sendungen auf schnellstem Wege in den Warenausgang und stehen dort für die Verladung bereit.